Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Selena Gomez soll wieder in festen Händen sein und sich ausgerechnet den Schwager von Brooklyn Peltz-Beckham geschnappt haben. Das Hollywood-Liebeskarussell dreht sich fleißig weiter, Schauspielerin und Musikerin Selena Gomez, 30, verbringt seit kurzem extrem viel Zeit mit mit Brooklyn Peltz-Beckham, 23, und dessen Frau Nicola Peltz-Beckham, 27. Gemeinsam feierte das illustre Trio bereits Thanksgiving und Silvester. Sind die drei einfach nur gute Freunde, oder könnte die Liebe der Grund für die neue Star-Freundschaft sein? Denn, das besagte Erntedankfest verbrachte Selena Gomez mit Brooklyn und Nicola in Miami, wo auch deren älterer Bruder Brad Peltz, 33, dabei war. Haben sich die beiden etwa dort kennengelernt und heiß übe. Like our video und Share with your friends and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.